Wir sind die Veränderung. Für mich, das bedeutet in der Natur. Alles ist miteinander verbunden. Und wir Menschen sind Teil dieses Ökosystems. Wir sind die Floreste. Wir sind der Wald. Ich kann es nicht mehr aufpassen, einfach zu sitzen und warten, um jemanden zu stecken. Es gab nie ein Zeitpunkt, wenn ein einziger Individuum mehr Macht hatte, in der Geschichte unserer Planeten. Ich bin mit einer großen Hoffnung für Tiere und Wildlands, mit dem Willen zu schützen. Und ich wollte für sie zurück kämpfen. Dieser Traum bewegt, glaube ich, immer mehr Menschen auf dieser Welt. Bei einer peacefulen Aktion, macht man die Veränderung. Seid ihr Herz, breit die Regeln, und macht die Geschichte. Die Veränderung hat dieses Problem, und die Veränderung kann es umsetzen. Die Erde heizt sich auf. Wir sterben bald aus. Wenn man in excepcionalen Zeiten lebt, braucht man Menschen, die die Regeln verbreiten. Die Veränderungen sind so viel besser, als wir haben es erwähnt. Macht endlich etwas gegen die Klimakrise. Wer schaut schon in einen Massenstall hinein? Dass jetzt die UN erkannt hat, dass Tierschutz wirklich ein Game Changer ist. Und jene Dörfer überschwemmen, jene Wälder brennen, und jene letzten Reserven auf Erden verderben. Ich glaube nicht, dass der Planeten eine Chance hat, wenn wir diese Korruption übergehen lassen. Und gegen dieses System aufzutreten, das ist etwas, was wir alle gemeinsam tun müssen. Als neuesten Mainz-Soms-A-Soms. Aber wir sind auch die Lösung. Was wir unseren Kindern geben, ist so wichtig, zu sein, 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 zu sein. Wenn die 900 Menschen hier nur fünf weitere inspirieren. Damit wir gemeinsam irgendetwas ändern können. Um wirklich etwas zu bewegen, muss man manchmal wirklich auf den Tisch hauen. Du musst nicht schwarz sein, du musst nicht austriisch sein, du musst nicht deutsch sein, du musst nicht alles sein, du musst nicht alles sein. Alles, was du bist, ist ein menschlicher Mensch, der aufsteht. Das ist alles, was du bist. Untertitelung des ZDF, 2020